Hey, Internet und YouTube. Zurück bei Happy Wheels. Verzeihung, was ist mit meiner... Ich habe noch zu wenig Menschen überfahren. 3D Level. Okay, gut. Will do is. Okay, go. Go. I believe I can... Falsche Richtung. Es geht noch. Ich bin Limbo-Tänzer. Ich kann meine Limbo-Karriere an den Nagel... hängen. Jump. Jump. Na. Ah. Na, na, na. Das war lateinisch. Für... Oh, schade. Ich habe die... Abkürzung nicht genommen. Ops. War nur ein Fuß. Also bin ich auf einem Roller. Jesus Christ. Wupp. Da ist eine Abkürzung. So nimmt man ab. Oh, come up. Jump. Jump, 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 jump. Nice. Keep going. Yes, I will do. Hier rein. Komm, komm, komm. No. No. Doch, war eine Abkürzung. Well done. Hey. Bungee jumping. Yes. Ist der Darm mein Bungee-Seil? Yes. Und zum nächsten. Wunderbar. Oh ja, das kommt auch wesentlich günstiger. Das kommt wesentlich günstiger. Man hat ja alles dabei, was der Mensch braucht. Den Darm. Digi-Därme gut verknoten. Auf der Brücke. Wuhu. Ja. Na komm. Und in den Müllheimer. What the... Nicht nachmachen. Ways to die. Wen haben wir hier? Film-Nightmare. Du hast dich selber umgebracht. Was soll denn das? Oh. New Killer. Mein Kopf. Ich hatte damit doch gar nichts zu tun. Ich wollte es nur, ähm... Da muss ich gar nichts springen, oder? Was zum Henker war das? Ich weiß es nicht. Daddy, where are you? It's my birthday. Happy birthday! Du bekommst dein Schwert. In... Und Explosions. Wo ist das Konfetti? In deinem Körper ist Konfetti. Rotes Konfetti. Kinder explodieren. Kommt Konfetti raus. 99% impossible. Lächerlich. Yo! Okay, jetzt. Ich war noch nicht ganz bereit. Jupp! Aha! I did it. I did it. Who is the man? Who is the man? It's a me. Nein, nicht the restart. Exit. 99%. Oh, mein Gott. Who is the man? Mit den 1000 Eingeweiden. Bin ich gleich im Ziel? Okay, die haben sich erschreckt, weil ich gesprungen bin. Wartet. Komm schon. Was hat er gesagt? Wartet. Jump. Jump. Oh. Und. Jump. Ich bin über die Ziel. Nein. Komm schon. Du schaffst das. Who is the man? Yes. Ich bin im Ziel. Das ist alles, was zählt. Da braucht keine Victory Musik kommen, denn der Körper ist im Ziel. Und das ist die Hauptsache. Space Key, Up Key, Down Key. Klingt wie Donkey, Down Key, Down Key, Down Key. Donkey, Down Key. Also, ich teuer nur das hier oben, oder? What? Äh, ja. This is very interesting. This is. Aha. Was macht sie? Sie sitzt nur am Klo rum. Könntest du mal. Du sitzt seit 5 Monaten auf dem Klo. Ah. Na, jetzt kommt aber was raus, du. Na, komm schon. Klebt wahrscheinlich schon fest. Ah, ah, ah. Jetzt, 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 jetzt. Ich habe ein gutes Gewinn. Der nächste Ball kommt. Und go. Yes. Ich mag ihr Gestöhne nicht. Es tut mir leid, damit kann ich, da kann ich mich nicht konzentrieren. Epic Long Level is challenging, funny and cool. Ich kann die ganze Sachen nicht lesen, während ich hier die Natur genieße mit ihm. Timmy. Whoa. First minute, okay. Hi. I'm the great super. I'm smashing my iron boobs. Oh, küsst mich, küsst mich. Hallo? Limbo cool, Limbo time. Everybody gets this chance. Nochmal Limbo time. Okay, wir sind wenigstens durch. Yes, Tom is a stupid idiot. Oh, shit. Shut up and slam it, yes. Yes. Come. No. No. Oh, no, jetzt muss ich die mitstrampeln. Nein. Mir fehlt doch jemand. Irgendjemand fehlt. No, du hast mich aufgespießt. Stopp noch mal. Hör auf damit. Mich aufzuspießen, das ist ehrlich. Unsexy. Oh, das ist der Zombie Amusement Park. Warum komm ich hier nie weiter? Was? So. Okay, wartet. Ein bisschen Gas geben. Aber... Das ist zu viel von ein bisschen. Wartet. Zombie Disney World und go! Lebst du noch? Oder bist du immer so enthusiastisch? Kind. Okay. Das ist dein Amusement Park. Ich bin hier nur wegen dir. Verdammt noch mal. Au. Was war das? Sind wir über eine Erdnuss gefahren? Wahrscheinlich. Yay. Upsi. Noch dran? Alles da? Das ist nur ein kleiner Blutfleck. Ich falle mir in das Ding hier rein. Verdammt noch mal. Du willst es. Also da geht's. Vielen Dank. Ich hab nicht danach gefragt, aber hey. Ich bin noch immer unterwegs. Leg and arm. Das ist eine neue Held von Men and Arms. Der Bruder. Okay. The Beauty Pie. Naked Girl. Naked. 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 Arrogant Season. Machen wir das noch? Please Maggie? Ja. Das Pärchen. Okay. Wir müssen unsere Beziehung wieder auffrischen. Und am besten machen wir das. Indem ich sterbe. Die Beziehung wird jetzt ganz neu sein. Und du wirst dir einen neuen suchen. Aber hey. Ich wollte schon immer sagen, dass ich dich liebe. Ich lieb dich noch immer, aber auch nur mit deinem Bein. Ich will das für immer bei mir behalten. Das ist mein Bein. Okay. Danke fürs Zusehen. Wir sehen uns im nächsten Part wieder. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.